Und ein Moinzen zur lang ersehnten Saisonprognose. Bundesliga 23-24 geht los. Immer hier natürlich dazu zu sagen, Stand ist hier vor dem Bundesliga-Start, so 16.17.8. Das heißt, noch zwei Wochen lang Transferfenster offen, kann auch viel passieren. Natürlich viel eigene Meinung, persönliche Meinung und auch viel Bauchgefühl. Ein bisschen Statistik mag ich immer mit drin haben, deswegen ganz kurz und knackig bei jedem Verein kurz zumindest mal die durchschnittliche Platzierung in den letzten fünf Saisons. Und hier auch immer nur die jeweiligen Bundesliga-Saisons gewertet. Und das immer zum Start bei den Teams. Sonst gehe ich von 1 bis 18 runter. Viele gehen ja von 18 auf 1 hoch in der Prognose. Aber für uns vom VfB ist es interessanter, den Abstiegskampf anzuschauen, wen ich unten rein tippen würde. Und ja, hier im Urlaub ein bisschen zusammengepasst, zusammengeschrieben. Deswegen vielleicht nicht unbedingt der tiefste Blick rein, nicht unbedingt der größte Deep Dive in die Vereine selbst. Reaktion darauf natürlich ganz klar wieder nach der Saison. Mal gucken, was da, was hier so schiefgelaufen ist. Da in den Prognosen immer sehr, sehr schwer. Man stellt ständig die Passierungen um, Tabelle um, aber ich gehe jetzt mal damit. Auf Platz 1 kommen die Bayern-Tabellenschnitt. Ist auch hier letzte fünf Jahre Platz 1. Ja, letzte Saison kann nicht zufriedengestellend gewesen sein. Chaos-Saison. Nagelsmann, Kahn, Pratzo, Tuchel. Trotzdem, aber trotzdem, Weißvermeister geworden. Danke dem BVB hier nochmal an der Stelle. Transfers. Kane, krass. Kim, krass. Guerreiro, sicher gute Addition. Hernandez wegbekommen. Mané von der Payroll. Kader-Torposition ist ein Riesenproblem. Neuer Flats. Aktuell macht es Ulreich. Absage von anderen Keepern. Scheuer macht es sogar wirklich Ulreich erstmal, bis Neuer zurückkommt, falls er dann überhaupt in irgendeiner Form wieder zurückkommt. Oder eben auch vor allem, je nachdem, wie seine Form dann ist, wenn Neuer zurückkommt. So gemeint. Ja, deswegen aber trotzdem ganz nice, weil sie endlich ihren Stürmer gefunden haben, ihren Kane gefunden haben, auch endlich die Kohle auf den Tisch gelegt haben. Defensiven Mittelfeldspieler wollen sie wohl noch. Sonst ist es halt ein Bayern-Kader. Immer wieder meisterwürdig. Trainer Tuchel dachte ja echt, dass das mehr auf Anhieb klappt. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Da dachte ich, jo, gut, jetzt hat er eine Vorbereitung, der so schön die neue Saison halt, so ein bisschen eine Redemption-Arc fasst. Ja, Pleite gegen Leipzig jetzt. Deswegen bin mal gespannt. Bisher wurde viel auf die Mannschaft abgeladen. Die Frage ist, wann er, also Tuchel, dann, was erstmal richtig angezählt wird. Kommunikativ, auch in der Kritik an seiner Mannschaft und so. Mittlerweile auch recht krass unterwegs, der Thomas Tuchel. Vorbereitungen, ja, diese großen Vorbereitungsspiele halt, City, Liverpool und sowas, diese PR-Reisen, da war Tuchel ja auch recht angetan. Pokal haben wir hier nicht. Dafür hat er Supercup-Niederlage gegen Leipzig zu Hause. Und eine Prognose ist halt, ne, sind wir die Nummer 1. War dieses Jahr echt so kurz davor, wie lange nicht mehr. Weil es genug Angriffsfläche gibt, glaube ich, oder Argumentationsfläche gibt, damit man es immer nicht auf die 1 setzt. Aber, ja, auf die 2 zu packen, passiert halt trotzdem nicht irgendwie. Spätestens auch in der letzten Saison hat man gesehen, dass die Bayern halt einfach nicht von der Schale zu trennen sind. Auf der 2 dann, der Vereinigte fast reingesetzt hätte, auf die 1, nämlich RB Leipzig. Herr Bellenschnitt hier, Platz 3. Letzte Saison hatten sie tatsächlich mit Tedesco noch angefangen, gestartet. Absolute Simulation, wenn man sich das nochmal anschaut. Rose ist nun da und seitdem der da ist, sind die komplett auf Meisterkurs gewesen. Die sind in der Rose-Tabelle, das ist nicht zu unterschätzen. Transfers, dick, dick Kohle eingenommen, wichtige Spieler verloren. Kunku, Schoboschle, Quartiol. Muss man ja sagen, so sehr man auch gegen RB ist ganz grundsätzlich, die machen einfach da auch einen guten Job. Und eben auch, sind auch sehr gut im Verkaufen. Teuer verkauft und eben auch wieder sehr talentiert die Lücken geschlossen. Auch klassischer Leipzig-Weg, Openda, Lukepa, Baumgartner, Seschko, die Simmonds-Leihe noch. Kader ist damit halt einfach auch brutal talentiert. Kieber zu, dann irgendwie fast ein bisschen unpassend, sag ich mal. Gulaschi offiziell noch verletzt, glaube ich. Plaswig, jo, ich weiß, der macht's gut, kommt gut rüber. Aber passt halt vom Ding her irgendwie nicht so ganz rein. Alter, Mark-Wilkes-Potenzial ist bei anderen schon noch viel höher. Sonst alles da, was man halt braucht. Leider halt wirklich auch ein Meisterschaftsanwärter. Trainer Rose, beim BVB geschmissen worden. Dann eben seitdem bei Leipzig Bock stark. Vorbereitung, keine krassen Gegner. Jetzt der Ball-Kabin in Testschme, deswegen schwer zu bewerten, aber halt oft gewonnen. Pokal, hier natürlich auch wieder Supercup. 3-0 gewonnen in München, sehr, sehr stark. Und wer weiß, vielleicht ist es halt doch dann ein Zeichen. Und eben die Prognose hier war wieder ganz kurz davor, die sogar auf die 1 zu setzen. So wie es auch tut. Und spannender Karte der Saison, so Rose auf Meisterkurs, aber irgendwie die Bayern nicht von der 1 zu trennen. Deswegen RB auf 2. Auf der 3 dann Borussia Dortmund. Tabellenschnitt 2,2. Deswegen vielleicht auch das schon eine leichte Überraschung. Letzte Saison Bockstärke Rückrunde gespielt und dann eben gejoked. Nach 9 Punkten Vorsprung in der 1 Saison durch Faber war es, glaube ich, nun halt sogar zu wenig für Dortmund, mit einem Vorsprung im letzten Spieltag reinzugehen, um Meister zu werden. So, ich habe jetzt gar nichts unbedingt gegen Dortmund, aber als Bundesliga-Fan bin ich einfach nur angepisst, dass die Bayern trotzdem Meister wurden, trotz dieser Kack-Saison. Und trotzdem, dass eben die Bayern auch wirklich alles dafür getan haben, es mal nicht zu werden. Da lag irgendwie viel doch mehr an den Beinen als ein Dortmund, dass sie wirklich ernsthaft auf Platz einsteigen letzten Spieltag und eben doch noch gejoked. Transfers, viel zu viel Kohle für ein Matcher ausgegeben, finde ich, aber kann natürlich auch trotzdem gut spielen. Sabitzer, wenn sie bei ihnen nie passen, Bellingham hat natürlich einen riesen Verlust. Gerüchte nun um Bela Kotschab noch für hinten drin. Kader, absoluter Top-Keeper mit Kobel drin, Inverteidung stabil. Einer mehr, da vielleicht noch nötig, Thema Bela Kotschab, Mittelfeld. Mal schauen, wie man eben Bellingham ersetzt bekommt. Sturm ist top besetzt. Trainer Terzic ist absolut einer von uns, beziehungsweise in dem Fall einer von BVB. Ich glaube, die meisten Fans sind happy mit ihm, dass es auch eben dieses krasse Erlebnis gehabt hat zum Spieltag. Mal gucken, wie sie damit umgehen. Identifikation ist top, ist eben die Frage, ist das seine meiste Qualität? Da kriegen sie es über die Runden mit Terzic als Trainer und eben dem Kader. Vorbereitung liest sich gut, keine Niederlage, ist eben auch hier diese komische PR-Tour quasi. Pokal, null Blöße, keine Blöße gegeben. Weiter bei Schott Mainz. Prognoseteil, man darf, wie gesagt, gespannt sein, wie man mit diesem letzten Spieltag umgeht. Bellingham verloren, dafür ist auch mal ein Allaire von Beginn an mit dabei. Trotzdem aber Dritter, aber weil ich einfach RB irgendwie mit dem Kader und Co. doch mehr zutraue. Auf der vier, Bayer 0-4 Leverkusen, Tabellenschnitt 4,8. Letzte Saison noch mit Sioane gestartet, das lief nicht, weil es noch unsere Duell in der Hinrunde dann in Leverkusen kurz vor der EM noch ein Abstiegskampf-Duell war, offiziell tabellarisch. Dann eben Xabi Alonso noch in die Euroleague geführt, aber eben die Ergebnisse doch auch so ein bisschen abgeflacht gegen Ende der Saison, muss man sagen. Transfers, Diaby, teurer Abgang, Backer für Gutkohle verkauft, stark gemacht von Leverkusen, Schnapper gemacht bei Hofmann, ganz klare Geschichte. Xhaka geholt, Boniface oder Boniface, weiß nicht, wie man ausspricht. Und hätte ich auch schon fast vergessen, weil es eben schon länger offiziell ist, auch Grimaldo, ablösefrei, finde ich einen sehr starken Transfer. Kader, habe es schon oft gesagt, letzte Saison auch schon, oder eigentlich in den letzten Saisons immer gesagt, Dickaktien in Leverkusen eigentlich, aber halt nie vollends abgeliefert. Hey, das letzte Saison auch schon fast auf Fiesekusen getippt und dann eben nur Euroleague und das quasi auch nur nach Rettungsrückrunde von Alonso. Bleibt ein starker Kader, Torwart solide, IV solide, Mittelfeld stark, würzt zurück, Angriff, muss halt gucken, in Sachen Schick und Boniface, Boniface, wer da jetzt genau trifft und wie gut sie treffen vorne, eigentlich zu mehr verdammt als nur Euroleague. Trainer, Hype is real, 100%, kann man glaube ich da sagen, kurze Real Madrid-Gerüchte gehabt, nun verlängert Xabi Alonso. Also der ist halt auch einfach ein Name, ist einfach so, auch ein Sympathisant. Jetzt eben mal gucken, ob er dem Hype gerecht werden kann. Vorbereitung, zwei Siege, zwei Hinterlagen, gemischt. Pokal, Teutonia, Hortensen, eiskalt weggeklatscht und Prognose. Vielleicht ist das eben ein Ding, das auch nach hinten losgehen könnte, wenn man die letzten Jahre anschaut. Aber Leverkusen-Kader ist stark, Alonso Hype ist da, Champions League dürfte da schon eigentlich drin sein. Auf Platz 5 Union Berlin, Tabellenschnitt 6,75, seitdem sie in der Bundesliga sind, das ist krass. Letzte Saison, seitdem sie eben in der Bundesliga sind, machen sie Saison für Saison die kompletten Overperformer, Überperformen komplett. Letzte Saison waren es auch wieder fast 20 Punkte mehr als erwartet in den ganzen Statistiken. Jetzt eben sogar in der Champions League am Start. Transfers, Michael und Segwin verkaufen, die würden uns verliehen an den VfB. Sonst war es eigentlich ein Abgäng so, nichts Dramatisches verloren. Kral geholt, Fofana und Aronson geliehen, Toussaint geholt, Leite fest verpflichtet und nun sogar Gosens fest verpflichtet. Und im aktuellen Stand auch ein vollandes Gerücht noch, ziemlich heiß gekocht. Also langsam sind sie schon auch auf einem anderen Level am Start, muss man sagen. Freizeichen bei Renaud in Sachen Kader, ob der noch einen Abgang macht oder nicht. Schwolo da eben nur in der Hinterhand, sage ich mal, stabile Abwehr, stabiles Mittelfeld. Nun eben auch sogar talentierte Offensive, absolut starker Kader, vielleicht nicht Champions League pur, aber eben wirklich stark eben vor allem auch für die kurze Zeit, die sie in der Bundesliga sind. Trainer, Urs Fischer, Union-Legende dafür auch absolut ein Grund für und mit Streich so unantastbar quasi. Vorbereitung, gemischte Ergebnisse, nochmal ein Sieg gegen Atalanta am Ende, Pokal-Solide bei Waldorf weiter. Und ja, Prognose, da warte ich seit Jahren eigentlich auf eine schwächere Saison, so gerade eben bei so einem frischen Bundesligisten, sage ich mal. Aber es passiert einfach nicht, gut verstärkt, EuroLeague. Platz 6, Borussia, Mönchen, Gladbach. Tabellische, 7,4. Letzte Saison schwach, schwach, schwach. Niemandsland ständig die Frage danach, was sie da vorhaben in der Saison, dann auch Farke eben auch entlassen. Transfers, Bayer teuer verkauft, Hofmann verloren, ganz klar. Benzbaini und Thüram und Stindl, alle weg, alle ablösefrei, auch hart. Klarer Umbruch, wieder mal in Gladbach. Weigelfest verpflichtet, Onora und, oh Gott, Kwankara, Kwanschkara, keine Ahnung, aber für die beiden Kelten in die Hand genommen. Wöberlei noch hinten in der Innenverteidigung war es, glaube ich. Kader, muss man sagen, Omlin, starker Ersatz für Sommer. IV passt auch, Mittelfeld, noch Korneda, wer weiß, ist halt noch verletzt. Vorne fiel, Frage auch eben nach Klasse dann, neben Thüram-Ersatz. Der Kwankara, Kwanschkara war im Testweg gegen uns schon mal ziemlich stark, finde ich. Auch in Gungum hat das mit dem Tempo ziemlich gezeigt. Also da ist schon doch was drin, aber eben noch nicht 100% sicher, wenn man auf den Kader schaut, dass da wirklich was drinsteckt. Sioane als Trainer ist neu, auch Deverkusen bekannt, finde ich starker Trainer. Auch in aktuellen Gladbacher-Situationen wirklich eine gute Wahl, mindestens mal eine gute Wahl. Vorbereitung sieht auch sehr ordentlich aus, einige Ergebnisse angeschaut nur. Pokal, Bersenbrück abgeschossen und Prognose, das wahrscheinlich echt mit der größte Hot-Take, aber ich habe irgendwie einfach ein gutes Bauchgefühl. Letzte Saison sagen was anderes, auch ganz klar. Vielleicht auch ein bisschen fast geblendet von dem 5-2-1-Sieg gegen uns, aber der Rebuild gefällt mir eigentlich ganz gut, die Neuzeile gefallen mir ganz gut. Der Neu-Trainer sowieso, weil Siegmes da drin ist, Platz 6 für mich sogar. Die 7, VfL Wolfsburg, Tabellenschnitt 7,4. Letzte Saison, ja, ein Saisonverlauf, der bei mir irgendwie komplett unter dem Radar flog, weil ehrlicherweise mich Wolfsburg auch nicht so wirklich juckt. Aber nochmal schön am Ende letzten Spieltag nochmal richtig schön verkackt, gegen die schon abgestiegene Hertha noch europäischen Wettbewerb. Ja, habe sich rausgekekelt selbst. Transfers, Wandewehen und Metzscher für sehr gutes Geld verkauft. Merlec Czerny dazu, es sind auch Jens und unseren Tomas aus der Bundesliga eben und nun auch noch für richtig viel Geld und richtig viel Asche Meier geholt jetzt. Kader auch wieder, absolut stabiler Kader. Vielleicht fehlt dieser eine herausstechende Spieler, aber sonst ist es einfach ein guter Kader. So war sogar auch das Geld dafür, wie man das auch sieht an dem Transferfenster, für einen guten Kader. Diko Kovac, Trainer, geht in die zweite Saison als Wölfe-Coach, halte ihn auch für gut. Aber wir müssen jetzt mal sehen, so langsam sollte er, glaube ich, auch schon europäischen Fußball mal liefern, eben auch mit den Investitionen in den Kader dann. Vorbereitung, Testspiele sehen ziemlich durchwachsen aus. Markaby Berlin im Pokal standesgemäß geschlagen. Und Prognose, wie gesagt, dick zugeschlagen auf dem Transfermarkt, bleibt aber trotzdem halt irgendwie Wolfsburg. So habe ich nicht so den größten Blick drauf, wenn ich ehrlich bin. Letzte Saison eben peinlich, die europäische Qualifikation nicht erreicht am 34. Spieltag. Platz 7 wäre immerhin Conference League. Eintracht Frankfurt auf der 8, Tabellenschnitt 7,8. Letzte Saison, ja, Champions-League-Achtelfinale erreicht sogar. Sonst will ich schon vor Saison die Bundesliga eher enttäuschen, sage ich mal. Am Ende aber immer noch die Conference League erreicht, über die Liga auch schon. Viele Nebengeräusche um den Trainer, Klaas noch jetzt ja auch weg. Transfers, so verkauften, Dika und Kamada ablösefrei weg. Mamusch und Skiri dafür ablösefrei geholt. Koch geliehen, dazu in Gangkamp, Knauf, Mbimbe, Larsson und Paco für verhältnismäßig viel Geld bei den letzten beiden. Viel basiert auf dem Markt, auf jeden Fall bei Eintracht Frankfurt. Kader ist absolut solide, dazu eben auch noch Kolomuani gehalten. Wer weiß, wie lange noch, ob der noch bleibt, aber aktuell ist er eben da, deswegen passt das auch. Mit Skiri ein super Transfer getätigt. Trainer ist wahrscheinlich somit das größte Fragezeichen da. Dino Topmüller, der Co. von Nagelsmann. Da eben die Qualitätsfrage noch nicht wirklich bewertbar. Bundesliga und internationaler Wettbewerb eben auch dann für ihn direkt. Vorbereitung rein von Ergebnissen her doch eher schwach, doch eher schlecht. Pokal-Job erledigt bei Lok Leipzig. Prognose ist ganz klar, die könnte man eigentlich auch mit Wolfsburg tauschen. So ist eine enge Geschichte. Also die auf sieben, Wolfsburg auf acht. Kader, wie gesagt, auch eigentlich echt ordentlich. Mwani auch noch da. Aber mir ist dieser Trainer halt eben jetzt aktuell noch zu sehr ein Fragezeichen, um da wirklich einschätzen zu können. Kann er die Euroleague führen, vielleicht sogar die Champions League führen? Sondern wird es auch bei ihm eine schwächere Bundesliga-Saison dann und so ein bisschen Frankfurt-typisch wäre ja auch fast, ist ein bisschen übertrieben gesagt quasi, dass sie halt so nur dann die Conference League gewinnen, dadurch Euroleague spielen und dann eben es in der Bundesliga vielleicht doch dann noch nicht schaffen, am Ende sich zu qualifizieren, was ja Platz acht bedeuten würde. Auf der Neuen, SC Freiburg, Tabellenschnitt 8,4. Letzte Saison, Europa-Dig, 8. Finale gegen Juve, ganz groß für die Freiburger Geschichte. Freiburg auch kein Klassenheitsverein mehr so, sogar fast Champions League gekommen eben in der Saison, im Versorverlauf. Transfers, Kevin Schade fix verkauft für krasses Geld nach England, Flecken abgegeben, Jong zu uns, Adamo geholt und unsere Müller für Geld. Das war es eigentlich fast. Also verhältnismäßig ist da echt wenig passiert. Kader ist definitiv spannend, dass sie eben jetzt nach dem Fleckenabgang Atubolo aus der Deutschen U21 jetzt als Stammkeeper haben bei denen. Also auf jeden Fall spannendes Ding und so ein Ding, was gefühlt auch nur Freiburg machen kann oder macht, zu jemandem reinzuschmeißen direkt als Nummer 1. Mittelfeld nicht so breit aufgestellt, finde ich. Stabile Innenverteidigung, guter Sturm. Trainer, Streich, absolute bunziger Legende, macht eine Riesenarbeit dort, müssen wir nicht tausend mal drüber reden. Vorbereitung, gemischte Ergebnisse, Pokal, ergebnistechnisch dann doch recht knapp in Oberachern weitergekommen. Und Prognose, muss ich sagen, ist mit so das Komischste, was ich hier getippt habe oder was ich hier mir hingelegt habe quasi. Im Sinne von, als ich die Vereine verteilt habe auf die Platzierungen, kamen eben erst irgendwann an dieser neuen Freiburg. So, eigentlich, die haben nichts Schlimmes verloren, aber auch nicht krass zugelegt. Eigentlich nichts, wo man sagen würde, die müssten diesen großen, ja, Abfall haben oder sowas. Aber ist eben vor allem das Ding, dass ich, glaube ich, dadurch eben auch viele andere Teams vor ihnen sehe mittlerweile, weil die eben einfach mehr zugelegt haben. Auf dem Papier vielleicht jetzt sogar ein bisschen besser aussehen als Freiburg. Deswegen eigentlich gar nicht böse gemeint, die jetzt aus den Euroleague-Plätzen raus zu kegeln auf einmal auf Platz 9. Aber die anderen Vereine über ihn, keine Ahnung, haben irgendwie mehr gemacht und habe ich irgendwie ein anderes Gefühl bei. Auf Platz 10, Mainz 05, Platzierungsdurchschnitt 10,8. Letzte Saison war absolut eine ordentliche Saison, auch mal fast auf Conference- oder Euroleague-Kurs gewesen. Dann eben dieser komische Einbruch am Saisonende nochmal, dann nach dem Sieg gegen die Bayern. Aber eben hat noch gereicht, um im BVB die Meisterschaft zu versauen am letzten Spieltag. Transfers, Fulnini, teuer verkauft, Hack nach Saudi-Arabien. Dann Damen und Aaron, Martin, ablösefrei, weg, rausgeholt, starkes Ding. Vandenberg, ausgeliehen, auch starkes Ding. Kader, Torwart stabil, IV, nichts Besonderes würde ich sagen, aber passt halt einfach. Mittelfeld, komplett eklig. Ich glaube, gegen das willst du echt nicht zocken, physisch und so weiter. Vorhin drin, Ajorg, ne. Und ja, einfach guter Kader, aber irgendwie nichts, was mich so abholt, dass es ein Europa-League-Anwärter oder Europa-Anwärter wäre. Trainer Bruce Wenson macht einen super Job und empfiehlt sich wahrscheinlich echt bald dann noch für noch mehr, für noch Größeres als Mainz. Vorbereitung, alle Testspiele gewonnen, also ordentlich. Pokal, knapp 1-0 gegen Elfersberg gewonnen. Zweite Gist zu bekommen in der ersten Runde ist aber auch sowieso schon ziemlich eklig. Prognose, ja, ich glaube, das passt perfekt zu Mainz. Und mit in der Bundesliga, Platz 10, keine Abschließkampfangst, aber auch keine Europa-Anwärter-Ansprüche. Auf der Elf die TSG Hoffenheim, Platzierungsdurchschnitt 9,4. Letzte Saison, ja, sogar mit Breitleide gestartet, hatte ich auch deutlich mehr zugetraut. Am Anfang lief es ja, glaube ich, auch recht ordentlich. Dann aber eben dieser dicke Einbruch, dann sogar Materazzo übernommen. Unser Ex-Trainer, auch unter ihm nicht so toll gelaufen. Gerade so gerettet, auch er fast vor Entlassung gewesen, mal kurz. Ganz schwach, also komplett unter den Erwartungen und unter dem Kader Erwartungen von Hoffenheim. Transfers, Baumgartner, für gut Kohle verkauft an Leipzig. Posch, Dabur, Angelino Laie zu Ende, auch ordentlich zugelegt. Krillic, Ablösefrei zurück zu Hoffenheim, auch stark. Bülter, nun sogar Weghorst geliehen, ganz wille Nummer. Scholloi, auch gut Geld ausgegeben für den Innenverteidiger. Kader damit, ja, recht solide einfach. Aber wenn man jetzt da drauf schaut, so auch nicht so der Star, sag ich mal. So nichts, was für arg viel Höheres bestimmt ist. Aber natürlich auch kein Abstiegskampf in dem Kader zu sehen eigentlich grundsätzlich. Kramaric und Weghorst-Sturm könnte schon wild werden. Trainer Materazzo, wie das war auf Wefans, kennt es ja bestens. Lief, wie gesagt, nicht so gut an. Gerettet und damit auch sich so ein bisschen gerettet im Job. Der geht, glaube ich, schon gut angezählt rein in die neue Saison. Vorbereitung, durchwachsene Ergebnisse. Pokal 4-1 in Lübeck. Aber sicher auch nicht vollkommen überzeugend, weil eins zu hinten gelegen. Prognose, die könnte man auch noch tiefer bringen. Nach der letzten Saison tabellarisch. Ich sehe aber eben die anderen Teams, die danach jetzt noch kommen, noch schwächer. Bin gespannt bei Materazzo so, weil letzte Saison auch schon kurz vor Entlassung. Bei uns hat er letzte Saison ja auch wirklich einen sehr schlechten Saisonstart hingelegt. Also, ich glaube, in Hoffenheim sind auch dann die Ansprüche ein bisschen höher. Vielleicht der Finger ein bisschen mehr am Jucken in Sachen Trainerentlassung. Deswegen ist das auch meine erste Trainerentlassung bei dem Tipp, den man da abgibt. In den Bonustipps bei Tippkick. Auf der 12 kommen wir. Der VfB Stuttgart. Tabellenschnitt 13,3. Letzte Saison komplette Chaos-Saison. Fucking vier Trainers. Saison noch mit Rino gestartet. Labbadia-Phase. Dann mit Hünes endlich einen Volltreffer gelandet. Also, bisher hat er uns gerettet, wenn auch, ich sage mal, unnötige Relegationen. Wir hätten uns gegen Hoffenheim stregeln können, aber damit eben auch irgendwo leicht euphorische Saisonende, weil die Relegation ja schon sehr überzeugend war. Transfers, Müller verkauft, paar sinnvolle Leihabgänge am Start. Thomas Schleyer ist vorbei. Gerasi verpflichtet für 9 Millionen und eben aktuell noch gehalten. Aber jetzt auch für die Kandidaten wie Mafropanus, der so gut wie weg ist mit West Ham. So ist dann auch ein Gerücht mit Sevilla. Ito erweckt auch weiterhin Interesse. Jong Milosevic-Mittelstedt für Geld geholt. Nübeleier auch für gutes Geld für eine Saison. Und der Flyer, der jetzt leider eben verletzt ist. Lieberding auch geliehen. Und eben natürlich ganz klar tatsächlich Endo. Noch nicht ganz offiziell, glaube ich, aber wird zu Liverpool gehen. Das ist natürlich ein absolut krasser Verlust. Video dazu gerne abchecken, habe ich ja auch schon gemacht. Aus dem Hotel in Lissabon. Und Pfeiffer ist nun auch noch abgegeben worden per Laie. Der Kader, ja, Stand 16. oder 17. August jetzt eben, ist schon sehr ordentlich. Aber eben noch viele Fragezeichen, weil aktuell Nübel, ne, Predlo-Simon-Torwart passt. IV, Anton, Zagadou, Ito, aktuell noch Mafropanus da. Vermute ich ja dann auch schon nicht mehr. Sosa, aktuell noch da. Vermute ich dann auch schon nicht mehr. Wagnermann ist da, aber eben leider auch verletzt gerade. Endo stand auch schon nicht mehr da. Karras war noch da. Da fehlt dann natürlich für jeden. Für Mafropanus, für Sosa, für Endo. Fehlen überall Backups. Das ist mit dem Endeffekt generell noch ein defensiv denkendes Backup. Mio stark, Führig stark, Gerasi bockstark. Also den zu ersetzen wäre wahrscheinlich auch nochmal ein absoluter Wahnsinn. Aber aktuell zumindest gibt es keinen Gerücht zu ihm, was so weit ist wie bei Sosa und Co. Silas natürlich auch noch vorne mit dabei. Und eben auch viel breiter gekauft in der Offensive durch die Neuzugänge. Trainer Hoeneß macht bisher einen Top-Job, finde ich. In seiner Tabelle letzte Saison, glaube ich, Fünfter gewesen. Aber eben nur auf seine Spiele schaut in der Bundesliga. Fünfter, ist beliebt. Gute Auftritte, eben auch gute Ansprachen. Er wirkt gut, finde ich. Er kann sich gut formulieren. Ein guter Mann einfach. Vorbereitung bis auf den Gladbach-Test. Alles gewonnen. Sehr ordentlich. Gerade auch das Testspiel gegen Sheffield war schon ziemlich, ziemlich stark mit dem 3 zu 0. Pokal souverän. So, aber auch einfach standesgemäß gegen Balingen weiter. So ehrlich muss man auch sein. Prognose dann hier, kommen wir eben auch schon auf 12. Letzte Saison auch schon auf sowas gehofft. So, kann natürlich auch wieder viel schlechter laufen. Irgendwo 14, 15. Kader eben leider jetzt ein riesen Fragezeichen, weil diese großen Stützen eben zu ersetzen sind. Es gibt noch keine glasklaren Transfers erstmal, aber eben auch natürlich auch keine glasklaren Ersatz für jeweiligen Spieler. Deswegen sehr, sehr viel Fragezeichen da aktuell. Aber ich habe trotzdem weiterhin grundsätzlich ein gutes Gefühl, auch durch Hoeneß und Co., dass da was gehen könnte. Und es gibt eben noch andere Vereine, die man dann auch mal hinter sich lassen kann, auch mal hinter sich lassen darf. Und dazu eben auch noch als letztes, wenn man mal das Underperformen mal beendet, eben auch mal sich belohnt und so viele Punkte holt, wie man zu erwarten hätte. Oder zumindest mal in die Nähe kommt davon, so viele Punkte holen, wie man erwartet hätte oder erwarten kann, nach jeweiligen Spielverläufen und Statistiken. Dann wäre es ja auch schon letzten Saisons drin gewesen, auch mal Zwölfter, Elfter, Dreizehner zu werden. Auf der 13, der 1. FC Köln, Tabellenschnitt ist Platz 12 letzte Saison. Ja, Durchschnittssaison einfach Platz 11 so, nicht mehr, nicht weniger. Transfer hast du da verkauft, Skiri ablösefrei verloren ist, ist groß. Hector Karriereende, Horn verloren oder jetzt eben Vereinslos, würde ich eigentlich sagen. Identifikation und Qualität damit auch einfach verloren. Stress um die Transfersperre gab es mal, aber jetzt können sie ja Spieler holen. Machen es aber nicht unbedingt, nur Schabour geholt und noch ein paar ablösefreie Kader, Schwäbe, Bockstark. Der Rest ist halt okay, nicht schlecht, will ich nicht sagen, aber auch nicht krass so. Sage ich auch schon seit der Relegationssaison eigentlich fast, dass da immer mehr rausgeholt wird, sage ich mal, als drin ist. Nun auch noch ein Skiri weg, haben Trainer, dafür eben auch der Grund, Steffen Baumgart, warum ich Köln nicht so weit unten sehe, wie sie es eigentlich mal sein könnten im schlimmsten Fall. Der holt einfach nochmal sehr viel mehr raus mit seiner Art und Weise. Vorbereitung gegeben ist er ordentlich, sogar auch Ajax geschlagen noch am Ende. Pokal war ein hartes Los mit Osnabrück, da eben erst in der Verlängerung weitergekommen. Prognose, wie gesagt, Kader sehe ich nicht für so krass an. Baumgart wird sie aber drin halten und ja, auf Platz 13 ist dann auch noch verhältnismäßig komfortabel. Auf der 14, FC Augsburg, Tabellenschnitt 14,4. Letzte Saison eine klassische Augsburg-Saison halt so, was soll man da so groß sagen. Hätten wir Hoffenheim geschlagen, dann werden die auch mal noch tiefer reingerutscht. Hätten sogar Relegationen gespielt, haben wir ja eben nicht getan. Transfers, das wilde Pepi-Ding ist beendet, immerhin noch 11 Millionen davon dafür bekommen. Sonst noch Gikiewitz weg, Berischer fest verpflichtet. Breithaupt, Tietz, Michel, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht abwertend oder auch nicht überbewertend, sondern einfach ganz trocken gesagt, das schreit auch alles nach Augsburg-Transfers, so gerade Tietz und sowas. Noch Okugawa, Pfeiffer und Damen ablösefrei. Kader kann man sich dann auch echt anschauen, finde ich. Also wirklich überall rechtschapiert aufgestellt, finde auch eine recht gute Breite da drin. Im Angriff fast zu viel dann, mal sehen, ob noch einer geht, so ein Berischer oder sowas. Aber eigentlich ein Kader, wo man echt sagt, da könnte vielleicht sogar auch mal mehr gehen als nur Platz 15. Oder eben jetzt hier in dem Fall Platz 14. Trainer immer noch Enrico Maaßen, einer der wohl auch leicht angezählt reingeht, denke ich mal. Ist eben auch noch verhältnismäßig unerfahrener Bundesliga. Mal gucken, wie die Saison für ihn wird. Vorbereitung, viele Testspiele, gemischte Ergebnisse. Beispiel hier Sieg gegen Ajax, Niederlage dann gegen Neapel. Im Pokal dann eben rausgeflogen. Als einer von vier Bundesligisten rausgeflogen im bayerischen Duell bei Drittliga-Aufsteiger Unterhaching. Prognose, dieser Tabellenplatz und Augsburg sind einfach Arsch auf Eimer. Ist einfach so. Augsburg 14, 15, machst du nie was falsch mit der Prognose eigentlich. Der Kader gar nicht so verkehrt, aber viel mehr wird es dann eben auch einfach nicht. Und Trainer für mich auch noch so ein kleines Fragezeichen. 15, Werder Bremen, Tabellenschnitt 13,5. Letzte Saison, starke Hinrunde. Völkow geteilt, Torschützenkönig, Duxch auch ordentlich. Rückrunde aber wirklich botenlos. Eine Absteiger-Rückrunde, darf man nicht vergessen. Völkow da auch, glaube ich mal, verletzt gewesen. Und geht die Saison, letzte Saison, geht die Rückrunde ein paar Spieltage länger, dann ist Bremen da auch ganz, ganz tief unten mit drin. Transfers, Schmidt weg, Lünen für Geld, Kovnazki. Kovnazki, oh Gott, komplett gejokt, Kovnazki, ablösefrei und Keita ablösefrei. Starke Transfers, Kader abwehrstark, Torwart auch in Ordnung. Gut aufgestellt nach dem Aufstieg, vor allem in Sachen Abwehr da schon. Keita eben ein großes Fragezeichen Mittelfeld, direkt verletzt auch schon. Aber wenn der eben auf sein Leipzig-Level kommt, dann natürlich bockstark. Eben die Frage, inwieweit der Mann einfach zu sportinvalide ist vorne. Dazu auch die Frage um Völkow und Duxch, beide aber ja aktuell noch da. Ja, Trainer Ole Werner, das auch wieder passt Arsch auf einmal dahin nach Bremen. Vorbereitung sieht ganz okay aus, wenn die Ergebnisse so anschaue. Pokal, last minute aus bei Viktoria Köln. Wie so oft bei Bremen, wird schon das Erstrundenaus passiert. Prognose da, wahrscheinlich hier auch ganz klar ein größerer Hot-Take. Nach der letzten Saison eben auch Bremen auf die 15 zu setzen. Aber die Rückrunde hat bei mir eben einfach Spuren hinterlassen. Die Frage auch, bleibt Völkow und wenn er es tut, nächste Frage, spielt er nochmal so eine Saison? Kriegt er es nochmal hin, so eine krasse Saison zu spielen? Hat auch gesehen, wie es mal läuft, wenn er eben nicht mit dabei ist vorne drin. Keita direkt verletzt. Und auch da die Frage, was er für eine Saison spielen wird. Und eben ja trotzdem, weil auch so ein bisschen Hype entstanden ist rund um Keita und so vor allem. Und um Völkow natürlich auch drumherum und so. Bremen bleibt ja trotzdem ein Aufsteiger in seiner zweiten Saison. So, und die ist eben dann auch manchmal eklig. Wir kennen das Symptom da fast. Manchmal einfach zweite Saison heißt für manche Abstieg, für Bremen nicht ganz. Aber ich glaube, das wird eine schwere Saison. Auf der 16, der erste Aufsteiger. Heidenheim, Tabellenschnitt ist hier 4,6, weil es keinen Bundesliga-Schnitt gibt. Also nur Zweite Liga, da waren es 4,6 in den letzten fünf Saisons. Letzte Saison, letzten Jahren, muss man sagen, immer wieder dran gewesen. Auch mal Relegation gegen Bremen gespielt. Nur dann eben endlich geschafft, auch aufzusteigen. Kann man ihnen, glaube ich, auch mehr als nur gönnen. Ein absolut geisteskranker letzter Spieltag. Und dann am Ende sogar noch als Zweitligameister sogar aufgestiegen. Deswegen Transfers, ich habe nichts super Bedeutendes abgegeben. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Natürlich auch nicht viel Spielraum in Sachen Einkäufe. So, Piringer und Searsleben habe ich hier aufgeschrieben. Kader, natürlich kann man das weniger bewerten oder ich kann es weniger bewerten, als die Bundesliga-Vereine, weil eben nicht so der Blick drauf gewesen ist. Überall recht vielseitig besetzt, sieht es mir danach aus. Und vorne drin eben vor allem auch dann Tim Kleindienst gehalten. Trainer Frank Schmidt, auch absolute Legende bei Heidenheim, wie auch ein Streich zum Beispiel bei Freiburg. Auch dem persönlich ist der Aufstieg sehr zu gönnen. Vorbereitung, Testspielergebnisse sahen echt ordentlich aus. Ordentlich bis gut aus, finde ich. Auch nochmal schön hier den Saudi-Klub dann in einem Spiel erstmal geschlagen und dann auch noch gedisst. Pokal eiskalt beim Rostocker FC, 8 zu 0. Prognose, wahrscheinlich tippen die viele auf direkten Abstieg. Kann auch passieren so. Aber Heidenheim ist eklig. So, ich glaube, die werden es jedem schwer machen. Es wird keinen Spaß machen, gegen Heidenheim zu spielen in der Bundesliga-Saison. Und sehr oft ist es ja auch so, so wie das Thema vorhin mit 2. Saison nach dem Aufstiegssyndrom, ist es auch oft so, dass einer von den beiden Aufsteigern auch drin bleibt, was ja hier über die Regulation möglich wäre auf Platz 16. Und vielleicht wird das ja dann sogar Heidenheim. Auf 17 dann folgend VfL Bochum. Der erste Absteiger, Tabellenschnitt 13,5, springt natürlich eigentlich komplett dagegen. Letzte Saison schwerer Saisorschach gehabt. Lange, lange tief unten mit drin gewesen, aber eben nochmal drin geblieben. Nun in die dritte Bundesliga-Saison am Stück. Transfers, Ganvola und Horn ablösefrei, sonst eigentlich nichts wirklich Wildes weg. Passlack ablösefrei, Quarteng und auch Wittig für ein bisschen Geld geholt. Bielefeld, Kader, Riemann im Tor eigentlich gut, aber irgendwie auch so ein bisschen eine diskutable Personalie. Ich glaube auch in Bochum mittlerweile. IV ganz in Ordnung, Mittelfeldsturm auch so. Auch hier wieder kein herausragender Spieler, sag ich mal, aber eben auch keine großen Abhängen gehabt von Leistungsträgern oder so. Trainer, Letzsch hat sie drin gehalten. Jetzt die erste Saison von Beginn an für ihn, mal sehen. Vorbereitung, viele Lagen mitgenommen, sieht wirklich nicht so gut aus. Pokal, der dritte Bundesligist, der raus ist. Bielefeld, in Bielefeld, ja jetzt nun auch Drittligist, ausgeschieden. Im Elfmeterschießen mussten deswegen natürlich auch über 120 Minuten gehen, das Pensum schon mal laufen. Prognose, vielleicht auch hier leicht überraschend, eben nach letzten Saisons haben sie ja immer drin gehalten. Und ja, trotzdem Kader ist halt so, naja. Und irgendwann erwischt es halt auch mal Aufsteiger. Natürlich jetzt bei denen kein zweites Saison nach dem Aufstiegssyndrom, aber irgendwann erwischt es dann mal einen Aufsteiger auch mal. Bielefeld, vielleicht auch ein bisschen mit später, nach ein paar Saisons in der Bundesliga. Die könntest du auch mit Heidenheim tauschen. Vielleicht Bochum 16, vielleicht bleiben wir auch direkt wieder drin auf 15 oder sowas. Aber irgendwie vom Gefühl her habe ich Bochum tatsächlich hier auf 17. Auf 18 dann Darmstadt 98. Tabellenstedt in der zweiten Liga 5,6 in den letzten fünf Saisons. Letzte Saison durch die Liga durchmarschiert, eigentlich über die gesamte Saison hin. Aber am letzten Spielwerk nochmal in Fürth die Meisterschaft gejokt, aufs Maul bekommen und am Ende nur Zweiter geworden. Transfers, die haben vor allem zweimal geblutet. Pfeiffer ablösefrei und Tietz für ein bisschen Geld beide zu Augsburg verloren. Klara und Hornby für ein bisschen Geld geholt. Nürnberger ablösefrei. Magdizia von uns geliehen. Natürlich auch nicht so viel Geld zur Verfügung für Darmstadt. Nun auch noch Pfeiffer aktuell zurückgeholt von uns per Leid. Der war ja schon mal da, da hat er die zweite Liga zerschossen, bevor er zu uns ist. Kader, ja, somit die zwei Besten aus letzter Saison verloren. Zumindest wenn ich an Darmstadt denke. Wie gesagt, bin ich so tief drin in der zweiten Liga gewesen letztes Jahr. Aber Kader mit Heidenheim, klar, wahrscheinlich der Schwächste der Bundesliga. Echt, echt schwer so. Trainer Lieberknecht zurück in der Bundesliga, der auch wie eine wilde Reise hinter sich. Vorbereitung, keine guten Ergebnisse. Auch schwere Gegner dabei gewesen, muss man aber fairerweise sagen. Und hier im Pokal sogar ganz klar, nicht so knapp oder wie bei Bremen, das Mindet. Nee, klar mit 3 zu 0 bei Viertlig ist Thromburg rausgeflogen. Das ist schon echt schlecht. Vielleicht auch so ein bisschen ein Zeichen und Prognose. Also, vielleicht überraschen sie wirklich alle. Aber ich finde, da muss man ganz trocken sagen, dass es wirklich krass wäre, wenn die drinbleiben. Noch mehr als bei Heidenheim wäre es krass, wenn Darmstadt drinbleibt. Weil die eben auch viel mehr so wichtige Aufstiegshelden, sag ich mal, verloren haben. Ich denke, da geht es schon recht sicher runter bei Darmstadt. Damit war es das von der Prognose. Mal gucken, wie viel Kontroverses da drin war und wie viel Quatsch ich da, ja, wie viel Quatsch ich zu reagieren habe nach der Saison. Genau eure Meinung, auch eure Tabellen, Prognosen. Gerne in die Kommentare. Ich habe die Kick-Tipp-Runde unten verlinkt. Ich glaube, ich habe vorhin Tipp-Kick gesagt. Egal, lass ich drin. Unten verlinkt. Muss ich aber schon davor sagen, die ist mal voll und mal wird irgendwie mal wieder ein Platz frei. Leider auf 300 limitiert. Also, kann auch gut sein, dass ihr nicht reinkommt in die Gruppe. Deswegen trotzdem natürlich gerne kostenlos Abo, kostenlos Like da lassen. Ganz klare Geschichte. Ich habe brutal Bock auf den Bundesliga-Start für uns für den VfB. Am Samstag Karawane, Heimspiel gegen Bochum. Es ist schon direkt ein richtig, richtiges Spiel. Mal gucken, was das wird. Bedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.